Gerne beraten wir Sie zum Thema Kreuzfahrten und Sie können natürlich auch bei uns im Two Travel Star Reisemore Bachmann Ihre Kreuzfahrt buchen. Sie finden uns in den Höfen am Brühl, im Paunsdorf Center, in Grünau am Pepp Center und am Flughafen Leipzig Halle. Heute möchte ich Ihnen vorstellen eine Kreuzfahrt mit Norwegian Cruise Line. Das ist eine internationale Kreuzfahrtgesellschaft, da ist auch ein bisschen mehr los und die bieten Premium All-Inklusiv. Zum Beispiel am 15.07. in einer Innenkabine für 1799 Euro eine Nordkap-Kreuzfahrt. Da geht es ab Hamburg nach Hellesült, dann zum berühmten Geihangerfjord, nach Trondheim, auf die Lofoten, nach Tromsö, natürlich ist das Nordkap dabei, Orlesund, Bergen, die alte Hauptstadt mit dem Hanseviertelbrücken und zurück nach Hamburg dann. Wie gesagt 15.07. Winter für zwölf Tage. Von Juli bis Oktober kann ich Ihnen anbieten auf der Norwegian Epic eine westliche Mittelmeerkreuzfahrt. Da besuchen Sie dann Neapel, Rom, Sie können in die Toskana fahren, Cannes und Mallorca. Ansonsten natürlich das Schiff genießen. Die Kreuzfahrt ist ab an Barcelona und eine Innenkabine gibt es ab 1299 Euro. Wem das nicht reicht, wir haben auch große weite Welt. Ab Miami eine westliche Karibik-Kreuzfahrt mit der Norwegian Gateway für 1139 Euro eine Woche, Premium All-Inklusiv, von November bis Februar. Und in der westlichen Karibik werden dann Reiseziele Richtung Mexiko, also da ist Cozumel, die Rivera Maya, es ist Ruatan dabei und dann endet die Kreuzfahrt dann wieder in Miami und können dann gerne kombinieren mit einem Aufenthalt in Florida. Diese und viele weitere schöne Reiseangebote, gerne auch Kreuzfahrten, bei uns in Ihrem TUI Travelstar Reisemobachmann. Kreuzfahrten, mit einer Kreuzfahrten, bei uns in der extremartige Karibik-Kreuzfahrt, die Kabinen wird in die Welt schon ganz kurz vorbeigeneiloche, aber auch immer wieder der Krisse. Wir müssen heute die Kirche umbattung, die hier in der Schmidt-Kreuzfahrten, die